Ja, Marcel, lass uns nochmal kurz aufs vergangene Wochenende zurückschauen. Du warst die Woche davor, lagst du mit einem Infekt flach und konntest dann aber doch in Jena auflaufen. Wie waren die 65 Minuten für dich auf dem Platz? Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, ins Spiel gegangen, war die Woche vorher krank. Ja, der Anfang war ein bisschen hart, hab ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen. Im Laufe des Spielverlaufs wurde es dann besser, hat dann ja noch für 65 Minuten gereicht und von daher war es okay. Du hattest ja auch eine Jena-Vergangenheit, hast dort mal gespielt. War das auch so ein Faktor, dass du gesagt hast, ich möchte unbedingt spielen? Ja, ich bin einer, der immer spielen möchte, ist egal gegen wen. Dass es dann gegen Jena war, war natürlich dann auch was Besonderes für mich. Gegen Ex-Klub ist dann halt nochmal ein Stück weit mehr Motivation da und von daher wollte ich natürlich da aufspielen, klar. Das 0 zu 0, wie bewertest du es? Rückblickend ein gewonnener Punkt oder doch zwei Verlorene? Ne, ich sehe das positiv. Wir haben auswärts gespielt, gegen die direkten Konkurrenten einen Punkt geholt, haben die ihn ein Stück weit auf Abstand gelassen und es war ja klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen können. Von daher sind wir mit dem Punkt zufrieden und schauen jetzt, dass wir drei Punkte gegen Würzburg holen jetzt zu Hause. Lass uns nochmal eine Woche vor zurückspringen und zwar das Heimspiel gegen Unterhaching. Da hast du das 1 zu 0 gemacht, den Siegtreffer und auch gleichzeitig dein erstes Profitor oder Pflichtspieltor für die Löwen. War das ein besonderer Moment? Ja, ganz klar. Das erste Tor für den neuen Verein ist natürlich etwas ganz Besonderes, bleibt immer in Erinnerung. Dass es dann noch so entscheidend war und ein Stück weit auch ein bisschen besonders war, hat mich natürlich gefreut. Aber mehr gefreut hat mich, dass wir die drei Punkte gezogen haben in einem extrem umkämpften Spiel, wo beide Mannschaften auf einem guten Niveau gespielt haben und von daher bin ich sehr glücklich, dass wir da den Dreier geholt haben. Stürmer werden ja meistens oder oft an Toren gemessen. War das dann auch so, dass man sich dann auch so ein bisschen unter Druck gesetzt hat, meinen ersten Treffer hier für den neuen Klub zu erzielen? Ja, natürlich ein Stück weit schon. Klar werden Stürmer an Toren gemessen. Aber man muss auch sehen, wie die Jungs vorne auch arbeiten, gegen den Ball arbeiten, Passwege zustellen, vorne anlaufen. Das ist ja auch in der Liga nicht leicht, aber von daher zählt der Erfolg der Mannschaft und dass man, ja klar werden Stürmer an Toren gemessen. Aber ich bin dann natürlich auch glücklich, dass ich getroffen habe und von daher ist das okay. Du hast in dieser Saison sowohl schon auf der Außenbahn gespielt, unter anderem in Aalen noch in der Hinrunde, als auch im Zentrum. Gibt es da eine Position, die du bevorzugst? Oder anders gefragt vielleicht, welche Reize haben die jeweiligen Positionen für dich? Ja, ich bevorzuge eigentlich mehr zentral zu spielen, da ich mir dann noch mehr die Laufwege suchen kann, die ich brauche für mein Spiel. Aber sonst ist mir das eigentlich ein Stück weit egal, ob ich dann von außen oder von innen komme. In Aalen habe ich auch beide Positionen da besetzt und ja, ich versuche einfach dann immer meine Leistung zu bringen, egal wo ich dann eingesetzt werde. Und ja, von daher will ich einfach der Mannschaft helfen und meine Qualitäten einbringen. Ihr seid jetzt in Schlagdistanz zu Platz 16, zu einem Nicht-Abstiegsplatz und zwei Punkte auf Großasbach. Ist das auch nochmal so ein extra Motivationsschub, wenn man weiß, okay, mit einem Sieg und einem entsprechenden Ergebnis auf einem anderen Platz kann man über den Strich springen? Auf jeden Fall. Es war ein extremer Kraftakt, diese acht Punkte vorher aufzuholen. Haben da auch ein Stück weit Glück gehabt, da wir gepunktet haben und die anderen Mannschaften dann nicht gewonnen haben. Wir sind jetzt in Schlagdistanz und wollen so schnell wie möglich dann über den Strich springen, ist klar. Jetzt am Wochenende kommen die Kickers aus Würzburg. Die sind vor allem auswärts ziemlich gut drauf, haben 2019 alle drei Auswärtsspiele gewonnen. Wie schätzt du die Aussichten auf ein erfolgreiches Spiel eurer Seite am Samstag ein? Ja, es ist ein sehr starker Gegner. Ich habe ein paar Spiele da beobachtet in der Vergangenheit. Sie sind sehr spielstark, zweikampfstark und laufen um ihr Leben. Haben vorne eine richtig gute Offensive mit Ademi und Baumann. Auch die Außenspieler, Scalatidis, sehr sehr gute Spieler, müssen wir sehr behutsam damit umgehen. Wir müssen gucken, dass wir hinten die Null halten und vorne sind wir dann immer für ein Tor gut. Wir spielen zu Hause, das ist nochmal ein extra Motivationsschub, gerade vor den eigenen Fans. Ich hoffe, dass da wieder zahlreiche Leute ins Stadion kommen und dass wir das Spiel erziehen können. Abschließende Frage. Deine Familie lebt in Giffhorn. War das auch so ein Grund dafür, hier wieder nach Braunschweig zurückzukehren? Und wie wichtig ist Familie für dich? Familie steht überall für mich. Damals, wo ich jetzt in Jena Zwickau oder in Allen gespielt habe, bin ich so oft es geht, dann auch wieder in die Heimat gereist. Auch wenn es nur ein oder zwei Tage waren, steht bei mir überall. Die geben mir sehr viel Kraft, auch in schweren Zeiten damals. Ich bin überglücklich, wieder zu Hause zu sein und jeden Tag meine Schwester, meine Eltern sehen zu können. Ich bin da sehr dankbar. Ich glaube, dass das nicht jeder Spieler hat. Die sind meistens in ganz Deutschland verteilt. Und von daher bin ich, wie gesagt, überglücklich, wieder in der Heimat zu sein. Ist wahrscheinlich auch schön, weil sie dann bei den Heimspielen immer da sein können, oder? Ja, also die fragen dann auch immer nach Karten, besorge ich dann auch immer gerne. Und die freuen sich dann auch immer, mich wieder sehen zu können, auf dem Fußballplatz sehen zu können. Und ja, es ist nochmal ein extra Motivationsschub für mich, von meiner Familie spielen zu dürfen. Wunderbar, dann vielen Dank und viel Erfolg fürs Wochenende. Danke. 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 Vielen Dank.